Ich war als Kind oft in diesem Haus. Sie hätten derlei Vorgänge nicht verheimlichen können. Oh, hau tiefer! Tiefer! Ich bitte um Verzeihung, Hork. Ich wollte euch nicht derlei Szenen aussetzen. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Nein, das Leder. Nimm das Leder! Wo seid ihr bloß mein ganzes Leben lang gewesen? Heute bin ich mehr als nur ein Mann. Kommt! Beglückwünscht mich! Was für ein fantastischer Satz. Den muss ich mir unbedingt merken. Hm. Vielleicht könnte ich ihn mir ja in meine Bluse sticken lassen. Er hat keine Ahnung, dass wir hier sind. Ich kenne Ruxton Harriman schon mein ganzes Leben. Er ist spießig und prüde. Dann bin ich ja auch prüde. Wo ist dein Bruder? Er soll sich uns anschließen. Daraus wäre nichts. Du weißt ja, was man von Menschen aus Händen sagt. Und jetzt spielst du die lüsterne Schülerin und ich den Tempner Volkerknecht. Und jetzt spielst du den Tempner Volkerknecht. Also, das righo und euch das mit der Leder. Wenn man lebt, darf man sich nicht auf die Leder. Und du weißt, dass es nicht so gut passiert. Und du weißt dass ich nicht in der Leder Mai oder 2 Jahre alt war. Aber ich finde die Leder. Dann bin ich denke nicht so gut. Deshalb bist du weißt, dass du weißt. Und du weißt. Dass du weißt, dass du weißt, musst du weißt. Und du weißt, weißt du weißt, dass du weißt. Und du weißt. Geht zurück. Hier gibt es nichts für euch. Seltsam. Als wir euch beobachteten, wie ihr betrunken wart, habt ihr uns überhaupt nicht beachtet. Ihr werdet nicht hereinkommen. Geht zurück. Welch eine Verschwemmung. Passiert irgendwo in der Stadt etwas Aufregendes? Wir müssen herausfinden, welches größere Böse sie beschützt haben. Eine Ruine? So nah bei der Oberstadt? Daran erinnere ich mich gar nicht. In den Schatten. Das sind die Ruine. Das ist ein Lieblings-Gesetz. Die Ruine. Die Räume daraufhin nicht mehr so gut. Das ist ein Lieblings-Gesetz. Das ist ein Lieblings-Gesetz. Das ist ein Lieblings-Gesetz. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.